Einen schönen guten Tag, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei Börse Daily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markes Chartflash für Montag, den 2. August. Gut, wir beginnen zunächst mit dem S&P 500, der sich weiterhin im steigenden Trendkanal bewegt, außerdem weiterhin hier über dem 10er EMA der hellblauen Linie, aktuell bei 4.386 Punkten. Wir sind am Vortag, am Freitag bei 4.395 Punkten aus dem Handel gegangen, damit knapp über dem 10er EMA, nachdem wir zuvor ein Verlaufshoch bei 4.422 Punkten gebildet hatten. Wir haben hier also einen Widerstand im Bereich von 4.420, 4.430 Punkten und könnten an diesem Widerstand dann wieder nach unten abprallen. Ein erstes Schwäckesignal wäre dann ein Kursrutsch unter den 10er EMA, unter die hellblaue Linie. In diesem Fall wäre dann mit einem weiteren Kursrückgang zu rechnen, wie bereits zuvor, Richtung unterer Trendkanalbegrenzung und möglicherweise auch zum 50er EMA, wo wir in der Vergangenheit immer wieder nach oben abgeprallt sind, der sich aktuell bei 4.290 Punkten befindet. Wichtig bleibt im S&P 500 der hier vorliegende Wochenschart, wo wir uns an der oberen Trendkanalbegrenzung befinden. Bereits seit mehreren Wochen probieren wir hier den Durchbruch nach oben, aber bisher ist es dem S&P 500 nicht gelungen, hier nachhaltig nach oben durchzubrechen und werden wir hier nach unten abprallen, dann dürfte der S&P 500 vor einer längeren Abwärtsbewegung stehen. Wir machen dann weiter mit dem Euro-Dollar. Der Euro-Dollar hatte sich zunächst hier nach dem Verlaufshoch bei 1,226 Dollar in einer kräftigen Abwärtsbewegung befunden. Wir hatten zuvor hier den 10er EMA nach unten durchbrochen, auch eine Reihe von tieferen Verlaufshochs und tieferen Verlaufstiefs gebildet, konnten den 10er EMA dann nicht mehr nach oben durchbrechen und sind dann letztendlich kräftig auch unter den 50er EMA unter die dunkelblaue Linie gefallen, haben damit ein weiteres Schwäcesignal generiert, dann ging es weiter kräftig bergab und wir haben dann letztendlich auch hier den 200er EMA nach unten durchbrochen. Der 200er EMA, der ist wichtig für den langfristigen Verlauf. In der Regel geht man davon aus, dass Werte, also in diesem Fall dann auch der Euro-Dollar, unter dem 200er EMA eher langfristig nachgeben und Werte, die sich über dem 200er EMA befinden, eher langfristig ansteigen. Wir haben hier also einen Kursrutsch unter den 200er EMA im Juni verzogen, konnten dann nicht mehr nachhaltig hier über den 200er EMA ansteigen. Die Kursausbruchsversuche nach oben wurden hier vom 10er EMA abgefangen und in der Folge ging es dann direkt wieder bergab. Der 10er EMA konnte dann weiterhin zunächst nicht erobert werden, damit wurde dann kurzfristige Schwäche angezeigt und im Bereich von 1,175 Dollar konnten wir dann zuletzt einen Boden bilden und diesen Boden dann als Sprungbrett verwenden und wieder über den 10er EMA ansteigen, damit ein Stärkesignal generieren und aktuell kommen wir hier am 200er und 50er EMA nicht weiter, die sich im Bereich von 1,191 Dollar befinden. Möglicherweise werden wir also hier wieder nach unten abprallen, aber solange wir hier den 10er EMA verteidigen können, ist dann mit weiteren Angriffen auf den 50er und 200er EMA zu rechnen. Brechen wir hier nach oben durch, würde sich ein neues Stärkesignal entwickeln. Eintrüben würde sich die Lage für den Euro-Dollar erst wieder dann, sobald wir den 10er EMA nachhaltig nach unten durchbrechen, dann wäre wieder die nächste Anlaufmarke die Unterstützung hier bei 1,175 Dollar. Wir machen dann weiter mit dem Wert Apple. Apple befindet sich im hier vorliegenden Wochenschart weiterhin an dieser oberen Widerstandslinie. In den vergangenen Monaten konnten wir hier an dieser Widerstandslinie nicht nach oben ausbrechen. Das vorherige Verlaufshoch hatten wir bei 150 Dollar gebildet, in der Folge hatten wir hier eine schwarze Wochenkerze gebildet in der Vorwoche und gingen bei 145,86 Dollar aus dem Handel und möglicherweise prallen wir hier wie in den Vormonaten erneut nach unten ab und nehmen dann zunächst Kurs auf den Bereich hier des 50er EMAs im Wochenschart aktuell bei 123,16 Dollar. Gut und abschließend werfen wir noch einen Blick auf die jüngsten COT-Daten auf der Seite von wellenreiter-invest.de. Aus den Daten für den 27. Juli geht hervor, dass die Commercials, also die US-Profis, ihre Short-Positionen im S&P 500 weiter ausgebaut haben, netto nun deutlich short-positioniert sind, während die Kleinanleger ihre Long-Positionen wieder erhöht haben und netto leicht long-positioniert sind. Das ist eher ein Indikator dafür, dass der S&P 500 wieder fallen wird und wieder unter Druck geraten wird, weil die Commercials, also die US-Profis, langfristig eher richtig liegen, während die Kleinanleger in der Regel langfristig eher falsch liegen. Gut und damit wären wir dann mit dem ING Markets Chartflash für den heutigen Montag schon wieder durch. Ich melde mich dann am morgigen Dienstag wieder mit dem ING Markets Morning Call, wünsche Ihnen einen schönen Wochenbeginn und viel Erfolg im heutigen Trading. Vielen Dank.